Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben einen Job zu tun. Genau, wir sollen eine Gang aus der Mall da hinten heraus komplementieren. Auf unsere uns eigene Art. Vorher sollen wir irgendwo hin. Wo genau? Okay. Wie immer, im Halbdunkel und im Regen würde das irgendwie alles besser aussieht, finde ich. Okay, ähm. Wo zur Hölle? Was ist denn hier zu weit? Was? Weil ich mein Motorrad gerufen habe? Bist du jetzt... Ich meine, ich soll da doch meet with full seat people. Ja, das ist aber ziemlich weit. Deswegen dachte ich mir, gehe ich da nicht zu Fuß hin, weil das dauert sonst ja ewig. Ich habe wahrscheinlich nur zufällig zu dem Zeitpunkt was gesagt. Okay. 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 Steig mal bitte ab. So, dann wollen wir mal kurz unsere Sachen checken. Haben wir denn... Ich hab schon länger... Wieso hast du schon wieder keine Waffe in der Hand? Und wieso ist das die Falschheit? Habe ich das? Das muss ich geändert haben irgendwann mal. Ähm... Skippey! Und... Hier tun wir... Die rein. Da wir schon dabei sind... Können wir upgraden. Yes. Okay. Und dich? Was ist das hier? Irgendwas anderes? Egal. Okay. Gut. Ähm... Moment. Wie kann man das denn? Okay. Doch. Die Sachen, die wir anhaben. Die Hose. Die können wir ja auch verbessern. Machen wir einfach mal. Die verschiedenen Pfeile haben, glaube ich, keine Bedeutung. Okay. Das ist nicht viel, das besser wird. Aber... Naja. Mal hin. Ähm... Dann wollte ich gucken, haben wir genug... Okay. Äh... Haben wir genug Muni? Nein. Also... Craften wir mal. Weil ich meine, wenn wir hier jemanden vertreiben wollen, dann wollen wir auch. Wie geht das nochmal? Es war irgendwie... Es war ganz unten oder so? Es war irgendwo, wo... Wo ich nicht mitgerechnet habe. Hier. Pistol Ammo machen wir mal. Ist belockt. Schnappel Waffel Ammo. Okay. 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 So, na gut. Dann wollen wir mal schauen. Okay. Tag. UV? Ähm... Ich verstehe. Muss ich? Oder soll ich? Ich habe gerade Muni gebaut. Ich bin... Okay. Ich denke, ich soll die vertreiben. Wieso? Ich denke, ich soll die vertreiben. Wieso? Okay. Also doch. Okay. Okay. Wo die Maul ist... Was genau ist die Maul? Die Maul ist... Da. Okay. Halt doch mal dein dummes Mund. Habe ich dich jetzt... Reißt du mir die ganze Zeit in den Kopf? Jetzt? Jetzt. Das habe ich davon, dass ich dich da in meinen Kopf gelassen... In meine... In meine Connection gelassen habe. Du quasi sitzt mir jetzt die ganze Zeit hier in meinen... In meinen Massenmord. Okay. Und die Frame Rate hat hier ganz üble Probleme. Okay. Oh, da ist ein Mensch. Okay, ich meine, wir können ja Quaid mal versuchen, aber so ohne, being an asshole is a fucking shit. Okay. War nicht very stealthy, aber ein bisschen. Okay. Okay, deine Leiche ist ein bisschen weiter drüben. Okay. Ähm. Got two of them, just sittin' there. Ähm. And nothin'. Just sittin' there, lookin'. Ja, gleichzeitig geht auch nicht so einfach. Ich glaube, das war jetzt nicht very quiet, aber ich finde, das war very effective. Ach, da sollte ich gar nicht rein. Okay, das war der Weg, den ich nehmen sollte. Okay. Gut. Okay, dann werden wir hier also eine Menge ballern. Ist ja auch mal gut. Wir haben ja... Machen ja oft genug Stealth. Weil jetzt sollte ja eigentlich jeder wissen, dass wir hier sind. Oder auch nicht. Okay, ich sehe nichts. Okay, ich bin in. Äh. Ich sehe. Die Kaminin, checken. Genau. Ja, jetzt würde ich wieder gern ein bisschen was sehen können, aber erst mal ist da eine Wumme im Weg. Wie? Außerdem. Okay. Okay. Undertaker, okay, Robot, okay, haben eine Menge Leute, die wir kennen können. Die haben hier richtiges kleine Community geschaffen. Also, da wären wir dann... Oh ja, okay. Na ja, ein Fitnessstudio haben sie gebaut. Ja, ich sehe es, wenn man das quiet machen will, hat man hier einiges zu tun. Also, da, aber ich glaube, das war nur ein Vorschlag der beiden Herren da am Auto. Die wollen wahrscheinlich einfach nicht eingreifen müssen und wenn sie nichts hören, können sie sagen, wir haben nichts gehört. Äh... Äh... Ich weiß nicht mal genau, wer die Animals sind, aber... Weil die von denen nicht so eine unglaublich schlechte Meinung haben, das waren die Scavengers. Das ist mir nachher noch eingefallen, aber... Na gut, ist das Ding jetzt... Malheil halten. Das geht auch so. Oh, das sind ein paar. Haha, ich sehe die roten Pfeile da, okay. Okay, sie haben die Bodies gefunden. Das muss ja hier sein. Ähm, ich habe eigentlich relativ wenig Balls, aber... Da bin ich. Hast du mich gesehen? Ich glaube nicht. Die falsche Richtung. Ich habe leider in die falsche Richtung geguckt. Ja, aber hier stehen überall diese Container rum. Ja, das ist... Tatsächlich könnte das... Ah, das Licht ist ja wirklich schlimm. Ah ja, das waren die Leute im Gym. Ach, das Gym im Gym. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist lustig. Was ist das? Was ist denn? Oh, ihr seid. Was tragen die denn so bei sich? Okay, Tag Revolver. Okay. Nehmen wir mal alles auseinander. So viel Zeit muss sein. Meinst du mit Little Bitch mich? Ich will hier. Oh Gott. Zu spät. Oh, da fällt gerade was auf. Ich habe doch noch die Cyberware, die hier alles harmlos macht. Ich bin da komplett gewaltfrei. Richtig? Non-lethal. Das ändern wir mal. Detected you... Wo rät habe ich das mal? Explosives. Okay. Ne, wenn dann wollen wir... Ich meine, die sollen ja auch... Ähm... Warum ist die Tür zugegangen? Ich bin da drin. Oh Gott, okay. Ich bin da drin. Será nicht genau? Ich bin da drin. Oh Gott. Dann kann ich mich das mal machen. Oh Gott. Oh, you're dead now! Ja, also dieses ... durch Wände schießen ist schon ziemlich unfair, aber es macht ... es macht Spaß! Es ist irgendwie ... ein bisschen passt es zu diesem Spiel. Also ich glaube in ... in Stalker wird's mich stören. Hier ist es irgendwie ganz lustig. Ah, die Zukunft von Karstadt ... so wie es aussieht ... ähm ... Oh, little birdie ... don't be shy ... ... das ist ... ... was ... 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 I'm armed, der VRM. Ja, ich auch. Gutball, okay. 40.000. Also wir sind auch ein bisschen overpowered, kann das sein? Ja, ich meine, die sollen ruhig sehen, wer sie hier vertrieben hat. Ich meine, es ist kein großartiger Loot, den wir hier kriegen, aber ich meine... Oh, doch. Bisschen Kram. Warum wird das nicht angezeigt? Obwohl das nicht ist, werden nur Leichen angezeigt. Das wird nicht die... Okay. Auf der Minimap, da sieht man nur, ob da eine Leiche ist. Aber das ist ja auch völlig sinnvoll so. Und noch ein bisschen... Ach, das wollte ich gar nicht. Naja, gut, egal. Äh, jetzt haben wir das Größte. Versus. Mmh. 8.7a musste ich noch, ich dachte, das hätte ich schon, okay, naja, die waren nicht an der richtigen Stelle, okay, ähm, gut, das war, äh, das wollte ich eigentlich gar nicht, wollte eigentlich, dazu muss ich, what, okay, falsche Finger, Finger an der falschen Stelle der Tastatur, das wollte ich eigentlich machen, local network. Militärgis nun auf und Soundsystem bitte auf, bitte auf, kann ich nicht, okay. Okay, van, okay, at the van, but no sign of the runner. I see what you see, no chatter, now, interface with the van. Okay, veteran Schiefkin. Well, I got here, mind tellin' me what we're lookin' at? Get a flow map of Pacifica, they hunt Agwe. Who is they? Netwatch. They always have to focus. What are they lookin' for, exactly? Internal data forts. If they crush our eyes, they take Agwe and the entire net, and return to the dark time of Port Mors. But you've probably got what, web crawlers, code mirrors? We do. They also want them. Okay. How bad's it look? I do not know how much data they pull, but their map is not complete. They still not have source validation. Okay, so what's on me to do? You must reach the agent, easy now to find him. Look at their map, he is in cinema. Step away now, this isn't your fight. What? Yeah, we already know. Uh, can't you kill him? Oh, okay. I don't wanna mess with you. Yeah, there's always a test. He doesn't come anymore. Okay, who's talking about him? I will tell you. Hey, don't be scared now. Okay, who's talking about him? Oh! Come on! I'm already there. Okay, was hat der da hinten gemacht? Okay, ich glaube, da kommen wir rauf. Nee, komm wir nicht. Ach, come on, wie? Ja, hier hätte ich euch alle reinlagern können. Das spare ich mir so. Dann wollen wir hier oben mal gucken, weil ich glaube, auf der Ebene waren wir noch nicht. Jeder, der mich bei Stalker kennt, weiß, dass ich mit mehrgeschossigen Häusern so meine Orientierungsschwierigkeiten habe. Oh, von hier sind wir gekommen, glaube ich, oder? Ich meine, wir finden's darf, so ist es nicht. So, ich glaube, hier geht's jetzt in den nächsten Teil. Okay, gucken wir da erstmal noch nicht hin. Ja, hier hätten wir uns wahrscheinlich überall durchschleichen können. Ich weiß nicht. Es waren doch eine ganze Menge, die wir erschossen haben. Da wäre das wahrscheinlich früher oder später eh schiefgegangen. Oh. Okay, now to the second floor, the cinema. Ja, ja, weiß ich doch. Okay, ich höre hier, habe aber Sachen gehört. Ist hier noch wer am Leben? Das kann ja nicht so bleiben. Okay, wir sind wieder hier. Okay, gut. Turn back. Okay, das ist lustig. Okay, da geht's weiter. Ich denke, da kommen wir dann in den nächsten Bereich. Haben wir hier irgendwie eine... Ja, Erfahrung hat mich gelehrt, dass diese Main Missions ja mitunter etwas umfangreicher sein können. Und um mich nicht wieder zeitlich völlig zu verausgaben, würde ich sagen, teilen wir das auf. Wir machen hier einen Cut und sehen uns beim nächsten Mal hier wieder mit dem nächsten Teil des Gyms und Find the Agent in the Cinema. Also, die Maul hat auch ein Cinema. Ja, gut, ist eine Maul. Okay, gut. Ja, dann also bis zum nächsten Mal mit mehr Totgeschieße von Animals. Vermutlich. In irgendeiner Form. Also, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.